Guten Morgen. Halleluja. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, mit euch hier zu sein heute Morgen. Genau, danke auch an das Lobpreis-Team für diese wunderbare Zeit in der Anbetung. Und ich glaube, ja, ihr kennt mich schon. Nathanael Aklasato, ich war schon ein paar Mal hier bei euch. Und ich freue mich, euch heute wiederzusehen. Ich hatte mit Rokko geschrieben, weil ich nicht heute erst angereist bin, sondern schon seit zwei Tagen in Sachsen bin. Ich war noch mit der Gemeinde Elim-Gemeinde in Chemnitz zusammen und war dort Gastsprecher auf ihrer Gemeindefreizeit. Und ich freue mich genauso, auch heute hier bei euch zu sein. Und ich dachte, ich sage nochmal einfach ein paar Worte dazu, auch was Andreas angesprochen hatte. Wir sind ja vor dem Sommer aus Sachsen mit der Familie zurück nach Rheinland-Pfalz gezogen. Und wir haben das nicht gemacht, weil wir dachten, naja, die Impfquote, die wird so gering sein hier, dass wir besser wieder da drüben wohnen werden, sondern einfach, das war so ein strategischer Schritt wirklich, in dem uns Gott geleitet hat für unseren Dienst Gospel-Mission. Und genau, Gospel-Mission ist ein Dienst, den wir gegründet haben. Und es ist ein missionarischer Ausrüstungsdienst in erster Linie. Und wir haben so, ich sage mal, zwei Fokusse, wenn man das so benennen darf oder benennen kann. Und der erste ist einfach die Ausrüstung und die Stärkung der Gemeinde von Jesus Christus, damit sie die Vision und die Mission erfüllen kann, die Gott uns als Leib, als Brautgemeinde in dieser Zeit anvertraut hat. Amen. Und der zweite Fokus, den wir haben in unserem Dienst Gospel-Mission, ist natürlich der Missionsauftrag, zu Jüngern zu machen und das Evangelium zu verkündigen. Und so war es für uns gewesen, dass wir gemerkt haben, okay, die Arbeit wächst, das Netzwerk wächst, die Dienstbereiche wachsen, auch die ganze bürokratische Arbeit, die in so einem Verein dazugehört. Und wir haben gemerkt, wir brauchen einfach so eine gute Basis, ein gutes Fundament, das wir bauen, um weiter fruchtbar sein zu können für das Reich Gottes und auch mehr Kapazitäten zu haben. Und so hat uns Gott zurückgeleitet. Wir sind gerade dabei, so eine Missionsbasis oder Missionszentrum aufzubauen. Wir haben ein kleines Team aufgebaut, damit die Arbeit nach außen hin weitergehen kann. Und ich weiß, manchmal hat man so das Gefühl gehabt, ah, die sind weg und bestimmt sind die jetzt nur noch dort in Rheinland-Pfalz wieder. Aber wir lieben immer noch Sachsen. Unser Herz schlägt immer noch, auch für diese Region hier. Und unser Dienst ist nicht dort, dass wir vor Ort sind und die ganze Zeit nur dort vor Ort bleiben wollen, sondern unser Dienst ist Ausrüstungsdienst. Unser Dienst geht nach außen. Und ich bin sehr viel im Reisedienst auch unterwegs. Bin auch nächsten Monat wieder hier in Sachsen unterwegs. Und wir wollen gerne weiter ein Segen sein und ein kleiner Teil von dem sein, was Gott auch hier machen möchte. Und wir glauben immer noch, wir haben immer noch diese Vision, wir glauben, dass Gott Großes vorhat mit dem Osten Deutschlands. Amen. Dass Gott Großes vorhat mit euch und durch euch. Und dass das so viel ist, was Gott gegeben hat, seine Gemeinde auch hier. Und dort, wo wir einfach ermutigen, unterstützen dürfen, da wollen wir einfach gerne dafür bereit sein, weiterhin. Genau. So, ganz kurz zu mir, zu uns. Und so ist es mir eine große Freude, wieder hier zu sein, heute mit euch. Und ich war mir nicht ganz sicher bis gerade eben, was genau ich predigen soll. Sag ich euch ehrlich, okay? Weil ich hatte ein Thema, wo ich dachte, ah, das ist ein gutes Thema. Das macht Spaß, das heute Morgen zusammen so durchzugehen. Aber dann, so in der Vorbereitungszeit, hat mir Gott ein anderes Thema gezeigt. Und ich dachte, okay. Aber ich hatte das Gefühl, hey, das ist dran für heute. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und dieses Thema heißt Vision. Ist das an von dem YouTube? Bei mir? Okay, keine Probleme. Eine Sekunde. Jetzt. Ist das an? Entschuldigung. Guten Morgen, liebe Freunde auf YouTube. Ihr seid auch mit dabei. Alles, was ich vorher gesagt habe, kann ich euch persönlich erzählen. Kontaktiert mich einfach. Genau, das Thema für heute Morgen ist das Thema Vision. Und ich weiß, wenn wir manchmal so dieses Thema Vision hören, dann kann man sich denken, okay, ich bin ja nicht unbedingt so ein Leiter oder wir sind ja nicht auf einem Leiterschaftsseminar. Aber so wie auch Andreas in der Einleitung gesagt hat, hat er gesagt, ohne zu wissen, worüber ich genau reden werde, dass es für uns alle sein wird, aber auch persönlich. Und ich glaube, Vision hat zu tun mit Gemeinde, Vision hat zu tun mit Reich Gottes, aber auch mit uns ganz persönlich. Amen. Und ich möchte, bevor wir in den Text so reingehen, noch mal ganz kurz beten. Und vielleicht können wir unsere Augen schließen. Und einfach, dass wir unsere Herzen öffnen für dieses Thema. Und dass wir Gott fragen, hey Gott, was möchtest du uns als Leib heute sagen, als Gemeinschaft? Aber dass auch in diesem Thema, was uns vielleicht nicht so geläufig ist, wir fragen Gott, was möchtest du mir ganz persönlich heute Morgen sagen? Und Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, allmächtiger Gott, Herr. Danke, dass du da bist, König der Könige. Danke, Gott, dass du ein Geschichtsschreiber bist, Herr. Danke, dass du auch in einer chaotischen Welt, in einer chaotischen Zeit richtig gute Pläne hast, Herr. Und danke dir, dass wir Teil davon sein dürfen, Herr. Und Vater, wir beten einfach, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du zu uns sprechen kannst heute Morgen, Herr. Ich bete, dass du mir Gnade schenkst, Herr, und Weisheit gibst, Jesus, Herr. Und dass du einfach durch mich fließen kannst, Herr. Dass du jedem persönlich das austeilen kannst, was er braucht, Herr. Aber auch, was wir als Gemeinschaft, was wir als dein Königreich auf dieser Erde, was wir gemeinsam brauchen, Herr. Und du hast diese Fähigkeit, Herr. Du kannst eine Botschaft, Vater, so verteilen, wie es jeder Einzelne braucht, als Speise, als Nahrung, als Ermutigung heute Morgen. Und dafür beten wir von ganzem Herzen, Jesus, Herr. Wir öffnen unsere Herzen für dich und für dein Wort, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es gibt eine Bibelstelle, die mich persönlich sehr stark prägt oder auch, ich sag mal, antreibt in einer guten Art und Weise. In Sprüche 29, Vers 18. Und in Sprüche 29, Vers 18, da wird so eine radikale Aussage gemacht. Und hier heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Wohl, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Und ich hatte schon mal hier gepredigt über die Geschichte Gottes mit der Menschheit. Also was Gott mit dieser Rettungsgeschichte Gottes mit der Menschheit, was Gott mit uns fordert. Und da habe ich auch diese Bibelstelle genannt. Und die heißt, da wo keine Offenbarung ist, da verwildert ein Volk oder wird ein Volk wüst. Ich mag das, den Umkehrschluss hier draus zu ziehen, weil das dann sich positiv anhört. Da wo Offenbarung ist, da ist Leben, da ist Vitalität, da ist Kraft, da entsteht etwas, da wird etwas, ich sag mal, aufgebaut oder geboren. Okay, so wenn keine Offenbarung da ist, dann kommt Verwilderung und genauso kommt Leben und kommen Strukturen, kommt Schönheit dort, wo Offenbarung ist. Und dieses Wort Offenbarung hier in diesem Text, ja, meint prophetische Offenbarung Gottes. Also wir können dieses Wort Offenbarung hier auch so synonym nehmen oder ersetzen mit dem Wort Vision. Weil was genau ist eine Vision? Eine Vision bedeutet, eine Vision von Gott bedeutet, etwas in der Zukunft zu sehen, was heute noch nicht da ist, aber mit Augen des Glaubens zu sehen, mit Augen des Geistes zu sehen, was besser ist als heute innerhalb von Gottes Willen. Amen. So, Vision hat mit Sehen zu tun und diese prophetische Offenbarung hat etwas mit Sehen in der Zukunft zu tun, was Gott tun möchte, was Gott durch uns tun möchte, was Gott durch dein Leben, durch mein Leben tun möchte. Und wir leben in so einer Zeit, gerade jetzt, auch wenn die Inzidenzen wieder steigen und wir können dieses Thema nicht mehr hören, aber trotzdem hat diese Zeit auch irgendwo etwas gemacht, glaube ich, auch innerhalb der Gemeinde. Und zwar, dass viele Leute sich die Frage stellen, müssen wir überhaupt noch planen für die Zukunft? Brauchen wir überhaupt noch Visionen? Der Herr kommt doch morgen wieder, vielleicht ist jetzt sowieso alles vorbei und wie auch immer, welche Aussagen es da gibt. Aber weißt du, ich liebe diesen Spruch, den Martin Luther gebracht hat, der sagte, auch wenn ich wüsste, dass die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Amen. Und ich glaube, das ist so dieses Prinzip Gottes. Gott ist jemand, der baut durch uns für die Zukunft. Dass wir etwas in der Zukunft sehen können, was Gott tun möchte, durch uns als Gemeinde, in der Stadt, in der Region, aber auch in unserer Gesellschaft, in den Bereich des Lebens, in den Gott uns hineingestellt hat, durch unser eigenes Leben, was Gott hervorbringen möchte. Amen. Schau doch mal vielleicht deinen Nachbarn an und lächel ihn mal an heute Morgen. Sag erst mal Hallo, guten Morgen und dann sag ihm doch mal, Gott hat echt einen Plan für dein Leben. Amen. Sag ihm doch mal, Gott will echt etwas durch dein Leben tun. Oder? Amen. So, das ist der Grund, warum ich überzeugt davon bin, dass nicht nur wir als Gemeinde oder als missionarische Organisation oder als Hilfsorganisation eine Vision brauchen, sondern dass jeder Mensch in einer bestimmten Ebene eine Vision von Gott braucht. Nicht in der Dimension, nicht in dem Sinne, dass jeder irgendwie sagen muss, okay, ich möchte 100 Gemeinden gründen und zwei Missionswerke aufbauen und 100.000 Menschen für jedes erreichen, aber dass jeder in seiner persönlichen Leben, in seiner persönlichen Dimension Vision von Gott braucht. Warum? Weil wenn wir Vision von Gott haben, auch für unser persönliches Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie, bedeutet das, dass wir gesehen und verstanden haben, wofür Gott uns hier auf dieser Erde haben möchte. Amen. Natürlich, um mit uns in Gemeinschaft zu leben. Natürlich, damit wir ihn anbeten. Natürlich, damit wir seine Liebhaber sind. Natürlich, damit wir seine Gemeinde sind. Aber er möchte durch uns etwas Schönes, Wunderbares hineinbringen in diese Welt, in unsere Region, in die Stadt, in unser Umfeld, in unsere Familien. Amen. Durch jeden Einzelnen von uns. Und darum ist Vision auch für das persönliche Leben eigentlich so diese Antwort auf die Frage, die wir uns oft stellen. Wofür bin ich hier? Was ist meine Berufung? Ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird, auch innerhalb von Gemeinde. Und wenn wir Vision von Gott empfangen haben, auch für unser Leben, wird diese Frage darin beantwortet. Amen. So, nochmal diese Bibelstelle. Da, wo keine Offenbarung oder da, wo keine Vision ist, verwildert ein Volk. Umkehrschluss. Da, wo Offenbarung und Vision ist, das Fruchtbarkeit, das Schönheit. Da wächst etwas hervor. Das Leben Gottes fängt an, dort zu wachsen. Amen. Und das ist doch, was wir alle wollen. Für uns als Gemeinde, für die Stadt, für die Region, aber auch für unsere Familien, für unsere Ehen, für unsere Freundeskreise, für das soziale Netzwerk, in das Gott uns hineingestellt hat. Und darum brauchen wir Vision auf diesen Ebenen, einmal als Gemeinschaft, aber auch im persönlichen Leben. Amen. Ein guter Freund, der auch ein guter Lehrmeister ist, hat mal zu mir gesagt, es gibt verschiedene Arten von Leitern, aber irgendwo ist jeder Mensch ein Leiter. Und dieses hat das Wort ABC-Leiter gebraucht da drin. Okay. Und es gibt verschiedene Verantwortungsbereiche, die uns Gott gegeben hat, aber jeder trägt irgendwo eine Art von Verantwortungsbereich. Es kann die eigene Familie sein, es kann die Kinder sein, der eigene Haushalt, es kann die Arbeitsstelle sein oder es kann die Region, die Stadt oder das Land sein, in das Gott uns hineingestellt hat. Amen. Als Licht und Salz dieser Erde. Okay. Und darum hat mir das gut auch gefallen in der Einleitung, beherzt handeln. Aber um beherzt zu handeln, müssen wir auch verstehen, was sollen wir eigentlich tun in all diesen Möglichkeiten. Was möchte Gott von mir? Und ich möchte mal eine ganz, ganz grobe Sache machen. Ich möchte mal einfach uns als Kinder Gottes im Reich Gottes in zwei Kategorien einordnen oder auf zwei Kategorien runterbrechen. Das ist ganz, ganz grob, vielleicht auch grob fahrlässig, ich weiß nicht, weil natürlich gibt es da viel Spielraum drin. Aber das ist einfach für das einfache Verständnis. Und in dieser Ebene oder in diesem Thema von Vision, denke ich, gibt es zwei Hauptbereiche von Menschen, wo wir uns persönlich wieder drin finden können. Und die erste Art sind Visionsträger. Und ich glaube, das ist die Art, die eigentlich nicht so oft gefunden werden kann. Visionsträger sind Menschen, die wirklich von Gott eine Vision empfangen haben, die größer ist als sie selber. Menschen, die eine Vision von Gott ins Herz gelegt bekommen haben, die den Willen Gottes für die Zukunft offenbart, wo man sieht, das ist, was Gott tun möchte. Amen. So und auch in unserer Zukunft möchte Gott gute Dinge tun. Ich habe das Gefühl, durch die Zeit und die eineinhalb Jahre, die wir gegangen sind, sind viele so, ich sage mal so Negativpropheten geworden, die sehr viel Negatives ausrufen über die Zukunft und über das Land und alles, was nicht wird. Und vielleicht, ich habe ganz, 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 ganz extreme Dinge gehört, auch in der letzten Zeit. Aber Gott hat immer noch einen Plan. Gott ist in Kontrolle. Amen. Und das sind viele gute Dinge, die wir lesen können, zum Beispiel von dieser Ernte in der letzten Zeit, die eingenommen wird. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Gott möchte, dass viele, viele Menschen errettet werden und die Liebe Jesus erkennen, der Liebe Jesus begegnen. Und das kann in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft stattfinden. Halleluja. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott seine Gemeinde auch einfach stärken möchte und zu dieser wunderschönen Brautgemeinde machen möchte, für die er in diese Welt gekommen ist oder für die er auch wiederkommen wird. Und dass Gott auch einfach seine Liebe in dieser Zeit offenbaren möchte einer Welt, wo wir sehen, dass die Liebe irgendwo erkaltet und so viel Streit und so viel Spaltung da ist in der Gesellschaft, dass er uns bringen möchte, um Liebe und Versöhnung zu bringen durch das wunderbare Werk von Jesus. Halleluja. So, da sind gute Dinge, auf die wir schauen können. Und Visionsträger sind die, die etwas Großes sehen können in der Zukunft und sagen, das ist heute nicht da, aber in der Zukunft, das ist, was ich glaube, was Gott tun möchte. Und das ist viel zu groß für mich alleine. Es wird viele, viele Menschen brauchen, damit Gott das umsetzen kann. Viele Arbeiter, die mit hineingehen. Und damit komme ich zu der zweiten Kategorie, Visions, ich sag mal, Visionsunterstützer oder, wie könnte man das noch besser nennen? Ich nenne es einfach Visionunterstützer. Und ich lese vor, was ich dazu geschrieben habe. Und das sind Menschen, die mit ihrer persönlichen Vision, also für ihr persönliches Leben, wofür Gott sie gebrauchen möchte, sich in der Vision eines Visionsträgers wiederfinden können. Amen. Und so mitarbeiten an der Erfüllung des großen Auftrags. Halleluja. Einer von so Visionsträgern, wir schauen gleich so ein paar Beispiele dafür an, damit das praktisch wird, ist Jesus gewesen. Jesus hat eine große Vision gehabt, dass das Reich Gottes in der ganzen Erde gepredigt wird. Und darum hat er Jünger berufen, die mit ihm zusammenarbeiten an dieser großen Vision, die er hatte in seinem Herzen. Und dann gab es wieder viele, viele andere Menschen, die darin mitgeholfen haben, die darin mit unterstützt haben. Und so, wir alle haben bestimmte Gaben und Talente und Berufung und wunderbare Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, die Gott in mich hineingelegt hat. Und es ist nicht immer so, dass wir sagen, okay, wir sind diejenigen, die planen und die irgendetwas Großes aufbauen, sondern es kann Menschen geben, die sagen, ich möchte meinen Platz finden. Wo kann ich dienen mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat? Wo kann ich diese Gabe einsetzen, die Gott mir gegeben hat? So dieser Visionsträger hat etwas von Gott, was Raum gibt für die Leute, die die Vision umsetzen oder unterstützen, weil sie ihren Platz darin finden können. Amen. Ganz praktische Beispiele jetzt dafür. Er möchte uns drei visionäre Vorbilder zeigen und dieses Prinzip einfach nochmal hier drin runterbrechen. Als erstes visionäres Vorbild, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze persönlich und wo ich Bücher von gelesen habe. Und dieser Mann ist Martin Luther King, wer hat den schon mal gehört? Amen. Und dieser Mann hat gesagt, I have a dream, ich habe einen Traum, okay? Und ich habe sein Buch gelesen und seine Sachen mir ein bisschen angeschaut. Und dieser Mann war ein Mann mit einem Traum von Gott. Er war Baptistenpastor gewesen, ich weiß nicht, wie viele das wissen. Und er hat einen Traum von Gott gehabt, okay? Und wenn wir über Visionen der Gemeinde reden, dann denken wir meistens so an Missionseinsätze oder Gemeindegründungen. Aber er hat eine Vision gehabt für seine Gesellschaft. Dass die Liebe Gottes und dass die Gerechtigkeit Gottes in die Gesellschaft hineinkommt, in die Gott ihn hineingestellt hat. Und ich lese mal ganz kurz, was sein Traum war, der so viel beinhaltet hat. Er hat gesagt, ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Das war sein Traum. Und sein Traum war groß, nicht nur für seine Kinder, sondern er hat eine Nation gesehen, in die soziale Gerechtigkeit und in die die Liebe Gottes hineinkommt. Diese Vision war größer als er selber gewesen. Er alleine hätte diese Vision niemals erfüllen können. Und darum hat er auch gesagt, man kann den Träumer töten, aber niemals den Traum. Weil er wusste, es ist nicht abhängig von ihm alleine, sondern das ist, was Gott tun möchte. Es ist nicht sein eigener Gedanke, sondern das ist, was Gott in die Zeit hineinbringen möchte. Und er hat diese Bewegung gegründet, dieses Civil Rights Movement, die so eine riesengroße Bewegung geworden ist. Und im Endeffekt ist Folgendes passiert. Wesentlich durch Kings Einsatz und Wirkraft ist das Civil Rights Movement zu einer Massenbewegung geworden, die schließlich erreicht hat, dass die Rassentrennung gesetzlich aufgehoben und das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung der US-Südstaaten eingeführt wurde. Wegen seines Engagements für soziale Gerechtigkeit erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde King bei einem Attentat in Memphis erschossen. So, er hatte eine Vision, die größer war als er selber. Und er hat diese Vision von Gott so angenommen, dass er bereit war, sein Leben zu geben für diese Vision Gottes. Er wusste, das, was Gott tun möchte, wozu er mich zum Teil gebrauchen möchte, das kostet Einsatz. Da ist ein Preis zu bezahlen, aber weil ich es sehen kann, ich möchte es tun. Aber er hat das nicht alleine getan. Er hat viele, viele Tausende von Menschen gehabt, die in dieser Bewegung mitgegangen sind. Mit verschiedenen Gaben, mit verschiedenen Talenten von Organisation, mit einem Verständnis von Gerechtigkeit, das Gott ihnen gegeben hat, die sich wiedergefunden haben in dieser größeren Vision. Und die Erfüllung ihrer eigenen Lebensberufung fand statt in dieser großen Vision Gottes. Und weil es einzelne Menschen gab, die Teil waren von dem großen Plan Gottes, konnte das zustande kommen, was wir dort gelesen haben. Amen. Und für mich eine wunderbare Geschichte, auch für mich persönlich natürlich, die mich sehr interessiert, aber es ist so ein Vorbild auch für mich. So ein Vorbild, wie er mit Liebe und mit Demut einfach wirklich sich hingegeben hat für diese Ziele Gottes, für die Bevölkerung und für soziale Gerechtigkeit. Ein weiteres Vorbild, eine Frau, die lebt und das ist Maria Prihan. Ihr habt bestimmt schon von ihr gehört. Und mich begeistert diese Frau, weil diese Frau hat so einen Lebensmut und so viel Vision. Und sie ist mit 60 Jahren mit einer Vision Gottes nach Afrika gegangen. Und darum kann man denken, Vision ist ja eigentlich nur für junge Leute, die das irgendwie suchen müssen, die noch nicht so genau wissen, was sie tun sollen. Aber diese Frau, mit 60 Jahren ist sie nochmal richtig durchgestartet mit Gott, ist heute glaube ich über 80 und sie hat immer noch Vision, die reicht nicht nur für ihr eigenes Leben, sondern für viele, viele Generationen danach. Und ich schaue mir das an gerne, weil es gibt so einen Lebensmut. Man spürt da, wo Vision ist, da ist diese Vitalität. Da, wo man träumen kann von Dingen, die Gott in der Zukunft noch tun möchte, da ist Lebenskraft, da ist Hoffnung, da ist Freude. Aber da, wo wir diesen Blick für die Zukunft verlieren, da sinkt man zusammen. Und jemand aus meiner Familie arbeitet im Hospiz dort auch, wo viele sterbende Leute sind. Und weißt du, was ich so mitbekommen habe, was man beobachten kann, auch bei älteren Menschen oft, ist, dass dort, wo irgendwo so dieser, ich sag mal, dieser Tod irgendwo einsetzt. Ist nicht immer, aber kann öfters auch sein, dort, wo diese Lebensfreude oder Lebensvision verloren gegangen ist. Dort, wo man innerlich zusammensagt. Man hat keinen Blick mehr für morgen und für übermorgen. Amen. Aber Gott hat gute Pläne für deine Zukunft und für unsere Zukunft und auch für die Zukunft der Gemeinde. Halleluja. Ja, so diese Maria Brian, ich möchte mal kurz sagen, was ihre Vision war. Ihre Vision war, Waisenkinder aufzunehmen und ihnen eine Schullaufbahn zu ermöglichen, eine vernünftige Ausbildung und ihnen so ins Leben zu helfen. In diesen ungefähr 20 Jahren, etwas über 20 Jahren, seit sie diese Vision empfangen hat, ist Folgendes passiert. Viele Schulen wurden gebaut, Krankenhäuser wurden gebaut, Waisenhäuser wurden gebaut, viele Berufsschulen, Brunnen wurden gegraben und sie haben einen Gebetsberg gegründet auf den Konferenzen für Leiter aus Kirche, Wirtschaft und Politik stattfinden. Warum? Weil Gott eine Frau gefunden hatte, die einen gewagten Glauben hatte und auch eine gewagte Liebe hatte. Für diese Kinder, die sie gesehen hat und sie hat gesagt, ja Gott, ich will deinen Traum annehmen. Aber nicht nur für diese Frau, die Visionsträgerin ist, sondern es gibt viele, viele, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitarbeiter ungefähr mit daran involviert sind, viele, viele Menschen, die ihre eigene Berufung und wie eigene Lebensvision gefunden haben in dieser großen Vision. Versteht ihr, was ich meine? Und die sagen, ja, ich habe auch so eine Liebe für solche weisen Kinder zu helfen. Aber ich bin nicht der Organisator. Ich bin nicht derjenige, der den Verein gründet und die ganze bürokratische Arbeit macht. Ich kann die ganzen Finanzen nicht organisieren, aber ich kann einfach Kindern Liebe schenken. Amen. So, und das ist das, was Gott ihnen gegeben hat. Das ist die Vision, die Gott ihnen gegeben hat und sie arbeiten darin mit. Oder ich kann als Lehrer darin arbeiten, weil Gott hat mir eine Gabe gegeben zu lehren. Oder ich habe eine Firma gegründet und bei mir kommen gute Finanzen rein, weil Gott mich segnet und ich kann dieses Werk unterstützen. So, diese Vision Gottes ist nicht in Erfüllung gegangen wegen einer einzigen Frau. Ja, Gott gebrauchte sie, aber wegen vielen, vielen Menschen, die innerhalb von dieser Vision ihre eigene Erfüllung der Berufung gefunden haben. Amen. Und das ist, was Gott tun möchte. Und darum sucht Gott Menschen, die Visionsträger sind. Und Gott sucht Menschen, die ihre eigene Berufung erfüllen können, wollen und diese Berufung sehen können innerhalb von der Vision. Okay. Noch das größte Vorbild für Vision ist Jesus Christus. Er hat die größte Vision gehabt. Okay. Und für diese Vision braucht man sehr, für alle beiden Visionen, vorher brauchte man sehr viel Glauben. Also Vision hat mit Glauben zu tun, gewagter Glauben und gewagte Liebe. Aber auch hier von Jesus Christus, er ist der größte Visionär aller Zeiten. Er kam auf diese Erde und er hat konsequent an der Erfüllung der Vision und der Mission gehabt, mit dem er als Gott aus dem Himmel kam. Die Errettung der Menschheit. Seine Vision und die Mission, die er erfüllt hat, ist nicht nur die Rettung einer Menschengruppe oder einer Randgruppe oder einer Stadt oder einer Volksgruppe gewesen, sondern die Errettung der ganzen Menschheit. Amen. Und er ist treu geblieben, auch als der Feind ihn versucht hat und ihm viele andere Angebote gemacht hat von Reichtum und Geld und was auch immer er alles hätte dort bekommen können. Er ist der Vision treu geblieben und er hat es vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Amen. Okay. So, Vision ist wichtig. Wir brauchen Vision, damit wir wissen, wo wir hingehen. Wir brauchen diese große Vision von Visionsträgern, die andere Menschen mit hineinnehmen und ihnen helfen, Ausrichtung und Ziel in ihrem Leben zu finden. Und jetzt natürlich die Frage, die wir uns stellen können, wie bekomme ich eine Vision? Wie komme ich überhaupt dazu? Ich möchte das ganz praktisch machen. Und ich möchte uns daran drei Schritte geben. Ich möchte jetzt noch den Punkt eingehen, wie bekomme ich eine Vision? Dann ganz kurz, wie wird die Vision lebendig? Okay. Wie bekomme ich eine Vision? Punkt Nummer eins. Für uns als Kinder Gottes, wir haben da etwas, für uns ist es einfacher. Warum? Die große Vision, der große Plan Gottes ist vorgegeben. Das ist, was wir Errettungsgeschichte mit der Menschheit nennen. Das heißt, die Vision, die wir empfangen von Gott, muss irgendwo zu finden sein, innerhalb dieser riesigen Vision Gottes. Okay? So, das heißt, Punkt Nummer eins. Das erste, wie ich eine Vision bekomme oder wie wir auch als Gemeinde oder als Organisation eine Vision bekommen, ist, wir müssen das Wort Gottes kennen. Das sein Plan und sein Charakter offenbart. Gott, weil das, was Gott uns aufs Herz legen wird, wird ein Stück, ein Teil von dieser großen Vision Gottes sein. Amen. Und das ist auch in dieser Zeit so wichtig, dass wir sehen, hey, was möchte Gott noch alles tun? Was kommt da noch alles auf uns zu? Nicht nur die negativen Sachen und die negativen Nachrichten, dass wir so eine Negativvision bekommen, die uns alle runterzieht, sondern zu sehen, hey, das sind wunderbare Dinge, die Gott vorbereitet hat, auch für diese Zeit, in der wir leben. So, wir müssen den Plan Gottes kennen durch sein Wort. Nummer zwei, kenne das Herz Gottes, weil eine Vision wird auch geboren aus dem Herzschlag Gottes. Okay? Kenne das Herz Gottes, schau in dein Umfeld hinein, lass uns in unser Umfeld hineinschauen, lass uns in unsere Stadt hineinschauen, lass uns auf die Menschen schauen mit den Augen Gottes. Lass uns die Not sehen, die da ist, durch Gottes Augen. Ihr habt erzählt von der Jugendarbeit, die hier angefangen hat. Und ich denke, das hat auch mit Visionen zu tun, dass irgendetwas, wo ihr sagt, wir glauben, das ist, was Gott machen will. Amen. So, es fängt damit an, den Herzschlag Gottes zu verstehen. Wie sieht Gott die Jugendlichen? Wie sieht Jesus die Not der Jugendlichen in dieser Zeit? Was ist die Not unserer Stadt, die Not in unserem Land, die Not von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, dass wir Menschen sehen durch die Augen und durch das Herz Gottes? Und da heraus, zum Dritten, kommt dann etwas, und zwar, dass wir eine Last spüren, die auch Gottes Last ist. Amen. Und das kann so verschieden sein. Gott ist so kreativ und es ist so vielfältig. Es kann sein, dass du eine Last bekommst für Menschen, die krank sind. Und dein Wunsch ist es, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und das funktioniert in einer Organisation, die vielleicht auch, wie Andreas gesagt hat, nicht unbedingt zuerst eine christliche Organisation ist, aber du kannst dort die Liebe Gottes und die Hoffnung Gottes weitergeben. Okay? Es kann sein, wie Maria Prian. Du schaust in ein anderes Land und du siehst die Not und die Armut und du spürst die Liebe Gottes und die Not Gottes für diese Menschen. Und du sagst, dieser Not wollen wir begegnen. Oder du siehst die Orientierungslosigkeit in der jungen Generation und du sagst, hey, das ist, wo wir einfach der Not, der wir begegnen wollen. Wir sehen, es ist Gott ein Anliegen. Wir bekommen eine Last dafür. Wir sehen, dort möchte Gott eingreifen, dort möchte Gott etwas tun. Vielleicht sehen wir unser Bundesland an hier und wir sagen, hey, es sind so viele Menschen, die verloren gehen, wenn sie morgen sterben. Wir wollen, dass Menschen von der Liebe von Jesus erfahren, dass sie das Evangelium hören. Und wir sehen diese Not an durch die Augen Gottes und wir lassen uns eine Last von Gott auf unser Herz legen. Und ich glaube, mit so einer Last, mit so einem Gefühl, hey, das ist, wofür ich mich von Gott gebrauchen lassen möchte. Ich glaube, das ist, wo Vision losgeht. Das ist, wo es startet, auch für uns als Gemeinde. Dass wir mit den Augen als Gemeinde, als Organisation schauen, was sehen wir in unserem Land? Was sehen wir in unserer Stadt? Was sehen wir in unserem sozialen Umfeld? Was sehen wir durch Gottes Augen? Welche Not sehen wir, wo wir wissen, das ist eine Not, durch die wir begegnen können, mit der Liebe Gottes. Wo wir Hände und Füße sein können, wo Gott uns senden kann, dieser Not zu begegnen. Amen. Wie hast du gesagt, Andreas? Beherzt handeln. Wo wir beherzt handeln können. Wo wir sehen, hey, das ist auf Gottes Herzen, aber wir sind sein Bodenpersonal, seine Hände und Füße. Wir können dort etwas tun. Das ist, womit es anfängt, diese Last zu empfangen. Und dann die Frage Nummer zwei. Wie wird eine Vision lebendig? Und ich glaube, das ist manchmal so eine Herausforderung. Okay, jetzt haben wir gesehen, was Gottes Plan ist. Wir haben Gottes Herz kennengelernt, seine Liebe für die Menschen, seine Last für die Verlorenen, für eine bestimmte Menschengruppe oder wie auch immer. Wir haben diese Last auf unser Herz legen lassen. Aber wie fangen wir jetzt an? Weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir anfangen. Wie wird eine Vision lebendig? Punkt Nummer eins. Und ich glaube, für uns als Christen ist der erste Schritt immer Gebet. Eine Vision wird lebendig durch Gebet. Amen. Darum ist wichtig, dass wir als Gemeinde eine betende Gemeinde sind. Dass wir als Familien betende Familien sind. Warum? Gebet bringt die Dynamik und die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes in die Vision hinein. Dinge fangen an, sich zu entwickeln. Es kommt erstmal geistlich Bewegung hinein. Und ich glaube, wir wollen nicht in Visionen leben, wo wir alles selber erfüllen können. Amen. Wenn wir Visionsträger sind, eine Vision wirklich von Gott kommt, dann ist der Punkt okay, wo wir sagen, das ist zu groß für mich alleine. Das ist vollkommen okay. Es ist auch okay, dass wir so manchmal das Gefühl haben, wir wissen nicht genau, was wir tun sollen. Das ist vollkommen okay. Weil Visionen, die Gott uns gibt, er möchte, der möchte, dass wir ihn dafür brauchen. Er will gar nicht, dass wir alles alleine schaffen. Er will, dass wir abhängig von ihm sind. Darum der Punkt, womit wir starten, ist Gebet. Vielleicht trägst du schon lange etwas in deinem Herzen und sagst, hey, diese Last hat mir Gott schon vor 10 Jahren gegeben oder vor 20 Jahren. Oder schon lange haben wir als Gemeinde eigentlich diese Vision. Und du hast nicht genau gewusst, wie du anfangen sollst. Und dann kam vielleicht so eine Frustration, weil man ist erschlagen, weil es ist zu groß für dich alleine oder für dich selber. Und dann legt man das so auf Seite. Dann sage ich dir heute, lasst uns anfangen, Vision Gottes lebendig zu werden zu lassen, in erster Linie durch Gebet. Wenn wir anfangen, uns zu treffen, zu beten und anzubeten und Gott zu suchen, fängt er an, die richtigen Strukturen zu legen. Er fängt an, Dinge in Bewegung zu setzen und dann können wir anfangen zu handeln in den Dingen, in denen er uns leitet. Jesus ist dafür unser Vorbild. Bevor er seinen Dienst anfing, war er 40 Tage im Fasten und im Gebet. Er hat Gott gesucht, obwohl er Gott selber war. Er hat 40 Tage im Fasten und Gebet Gemeinschaft gehabt mit dem Vater. Bevor er seine ersten Mitarbeiter berief, war er die ganze Nacht hindurch im Gebet. Wir können von diesem größten Visionär lernen, wie er Vision ausgelebt hat. Es fing an mit Gebet. Abhängigkeit zu Gott. Weil wir werden Gott brauchen in den Dingen, für die er uns gebrauchen möchte. Punkt Nummer 2. Wie wird Vision lebendig? Kommuniziere deine Vision. Die Leute müssen die Vision kennen. Amen. Und ich glaube, das ist oft das Problem von uns als Kinder Gottes, auch von uns manchmal, von unserem Dienst, dass ich merke, Leute haben nicht ganz verstanden, was wir machen wollen oder was Gott uns eigentlich aufs Herz gelegt hat. Und ich denke, hey, das liegt an mir. Okay? Kommuniziere Vision. Lass uns die Leute wissen lassen, was genau wir tun wollen als Gemeinde. Was genau auf unserem Herzen ist. So werden andere Leute angesteckt mit dem Feuer Gottes für Vision. Und wir sehen das auch wieder bei Jesus. Jesus' Vision war es, das Königreich Gottes vom Himmel auf die Erde zu bringen und den Weg in dieses Königreich zu öffnen, durch die Vergebung von Sünde und von Schuld. Amen. Jesus hatte eine ganz klare Vision und er kommunizierte das immer wieder. Er verbreitete diese DNA überall, wo er hinkam. Ganz kurz am Anfang seines Dienstes, Markus Kapitel 1 bis 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Amen. Jesus begann seinen Dienst mit der Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes. Mit der frohen Botschaft, nicht von irgendetwas, sondern von dem, wofür er gekommen war, das Reich Gottes zu bringen. Der Fokus seines Dienstes, er verkündigte und es heißt in Lukas 4, 43, Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. So er behielt den Fokus, weil er wusste, das ist, wofür Gott mich gebrauchen will. Und ja, ich könnte hier bleiben und hier viele Hütten bauen und den ganzen Tag hier lehren und predigen, aber er sagt, dafür bin ich nicht gekommen, sondern ich muss auch weitergehen und in anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Er erklärte, er sprach darüber, was auf seinem Herzen war. Er prägte, er prägte und er kommunizierte und prägte dadurch das Reich Gottes. Matthäus 6, 33, wo er sagte, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dann er lehrte das Reich Gottes. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und er gab diese DNA des Reichs Gottes weiter an seine Mitarbeiter, die mit ihm zusammen waren. Seine Mitarbeiter wussten ganz genau, was er wollte. Er multiplizierte diese DNA, die in ihm lag, warum er auf die Erde gekommen war. Und das lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3 und viele andere Verse. Aber hier heißt es, ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. So bevor er ging, er redete 40 Tage lang mit seinen Jüngern über dieses Reich Gottes, was weitergehen sollte, was weitergebaut werden sollte. Und dann so Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 1, bete für die Last, die Gott auf dein Herz gelegt hat. Bete für das, was wir sehen, was du siehst, was in der Zukunft besser sein soll als heute, was Gott tun möchte. Und dann lass uns anfangen zu kommunizieren. Lass uns die Menschen wissen lassen, dafür sind wir da. Das haben wir vor, damit wir ihnen auch die Möglichkeit geben, ihren Platz in dieser großen Vision Gottes zu finden. Und dann als Punkt Nummer 3, die Vision lebendig werden zu lassen, lebe deine Vision. Lebe das, was Gott in dein Herz gelegt hat. Jesus predigte und lehrte nicht nur das Reich Gottes, sondern er würde auch nicht nur den Weg dahin öffnen, sondern er demonstrierte das Königreich Gottes überall, wo er hinkam. Durch die Kultur des Königreichs, die er prägte, Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung. Durch die Kraft des Königreichs, Heilung und Befreiung und durch die Prinzipien des Königreichs. Zum Beispiel, dass das Königreich Gottes ist wie ein Sauerteig, der alles andere durchsäuert mit der Zeit. Und er legte diesen Sauerteig oder diese Saat des Königreichs in seine Jünger hinein. Lieben, ich glaube, dass Gott uns, dass Gott dich, dass Gott mich und auch uns als Gemeinschaft, Gott als Leib Christi wirklich gebrauchen möchte in dieser Zeit. Und wir brauchen etwas, wo wir drauf schauen können. Wir brauchen etwas, was wir am Horizont sehen können und sagen können, hey Mann, da wollen wir hin, Gott. Das wollen wir mit dir machen. Das wollen wir mit dir zusammen erleben. Das wollen wir in Erfüllung sehen. Und selbst wenn wir das nicht in der Fülle in Erfüllung sehen werden, wir wollen da drauf hinarbeiten. Und wir wollen die nächste Generation mitnehmen, damit sie auch darin laufen kann. Amen. Und wir wollen so, und diese Vision soll so klar sein vor unseren Augen, dass wir dafür beten können, dass wir zusammenkommen und sagen, hey, lasst uns beten dafür. Ob es die Stadt ist, ob es eine soziale Randgruppe ist, was auch immer, ob es die Jugend ist, dass wir sagen, hey, komm, wir kommen zusammen und wir beten, weil wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott in dieser Sache. Wir können es nicht alleine tun. Die Vision soll so klar kommuniziert sein, dass wenn neue Leute hineinkommen, dass sie verstehen, hey Mann, das tun die. Das haben die vor. Das ist ja der Hammer. Ich möchte ein Teil davon sein. Und die sehen, okay, so sieht der Plan aus. Den Platz könnte ich einnehmen. Dort könnte ich mich einbringen. Weißt du, was ich immer wieder erlebe? Leute suchen danach. Sie suchen einen Ort. Sie suchen eine Gemeinschaft, die ihnen Orientierung gibt. Wo sie sagen, boah, da kann ich zustimmen. Da kann ich mitgehen. Und da kann ich mitarbeiten. Und das könnte ich tun. Menschen brauchen das. Wir auch. Wir brauchen das, okay? Und dann als letzten Punkt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir den Preis zahlen für die Vision, die Gott uns gegeben hat. Eine Vision zu tragen oder Teil einer Vision zu sein, kostet einen Preis. Und wir sehen die radikale Hingabe von Jesus. Er gab sein Leben für die Menschheit. Aber wir sehen auch diese Hingabe von den anderen Beispielen, von denen wir gehört haben. Eine Vision zu tragen, das ist ein Preis zu zahlen. Visionsträger zu sein, bedeutet, glaube ich, sogar, alles auf eine Karte zu setzen. Ich glaube, wenn wir wirklich Visionen von Gott bekommen haben und wir sagen, hey, wir wollen in der Zukunft etwas sehen, was Gott durch unser Leben und durch unsere Gemeinschaft hinterlässt. Es ist wirklich zu sagen, hey, ich setze alles auf eine Karte. Ich glaube, das sind Visionsträger, wie Martin Luther King. Martin Luther King hat eine interessante Aussage gemacht. Er hat gesagt, ein Mensch, der nicht bereit ist, für etwas sein Leben zu geben, ist nicht bereit, wirklich zu leben. Er sagt, ein Mensch, der nicht bereit ist, für etwas zu sterben, ist nicht bereit, wirklich zu leben. Und er ist natürlich Visionär, das gilt nicht für alle Leute gleich. Aber er sagt, erst dann, als ich etwas gefunden habe von Gott, wofür es sich lohnt, mein ganzes Leben hinzugeben, erst dann habe ich wirklich angefangen zu leben. Erst dann hat es wirklich Sinn gemacht, warum Gott mich hierher gestellt hat. Eine Vision zu erfüllen, kostet einen Preis. Es funktioniert nicht durch Passivität. Es funktioniert auch nicht nur durch Gebet, dass wir sagen, okay, das ist schön und Gott, du willst unsere Stadt erretten und du willst unsere Stadt schöner machen und wir beten dafür, sondern es kostet Einsatz. Es kostet Engagement. Da ist etwas, was dahinter stehen muss. Und wenn das nicht da ist, dieser Punkt Nummer drei, wie die Vision Gottes in Erfüllung kommt, wenn wir den Preis nicht zahlen, dann wird doch sich die Vision nicht erfüllen. Sondern wir wollen etwas sehen, was so wertvoll ist, dass wir auch sagen können, es lohnt sich dafür, alles auf eine Karte zu setzen. Oder es lohnt sich, darin mitzuarbeiten. Ich glaube daran. Amen. Und diesen Einsatz sehen wir im Leben von Jesus, hier von Martin Luther King. Wir sehen das im Leben auch der Apostel und wir sehen das im Leben von vielen, vielen anderen Vorbildern in der Bibel, die Glaubensvorbilder genannt werden, die wir auch in Hebräer finden können. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen an dem Punkt schon. Und ich sage, letzten Punkt vielleicht noch, einfach so, wenn wir stehen. Was wir auch noch brauchen, ist Glaube. Glaube, oder? Wenn kein Glaube da ist, dass Gott es tun kann und dass er es durch uns tun kann, dann wird doch nicht der Mut und die Hoffnung da sein, voranzugehen. Aber Gott möchte uns Glauben schenken, dass er einen wunderbaren Plan hat, den er durch uns erfüllen möchte. Jesus Zentrum, Erzgebirge. Gott hat Mächtiges hier getan, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Er hat Mächtiges vor. Amen. Gott hat euch, ich bin heute wirklich durch Erzgebirge gefahren, weil ich kam von Chorlau oder wie das heißt, kam ich hierher. Das Erzgebirge ist so wunderschön. Also das ist echt der Hammer, wenn man so überall durch die Berge hier durchfährt. Und in dieses wunderschöne Erzgebirge hat Gott euch als wunderschöne Gemeinde hineingestellt, weil er einen wunderschönen Plan hat für diese Region. Amen. Und nicht nur für diese Region, ich glaube auch, dass Gott durch euch Dinge über diese Region hinaus tun möchte. Dass eine Vision, die Gott hat für euch, genauso auch für uns, genauso auch für uns als ganzer Leib Christi. Und ich möchte uns heute ermutigen, lasst uns uns ausstrecken nach dem Plan Gottes. Für uns als Leib Christi in dieser Zeit. Ich glaube, wir werden gebraucht, ihr Lieben. Wir als Gemeinde werden gebraucht, nicht Spaltung mit voranzutreiben, die Liebe Gottes zu bringen. Ich glaube, die Gemeinde wird jetzt in Deutschland mehr gebraucht als die ganzen letzten Jahre. Wir werden gebraucht. Gott braucht dich für diese Region. Gott braucht uns. Und auch in diesem großen Plan Gottes, der Gemeinde ist, ist es nicht so, dass du das Gefühl haben musst, okay, das ist alles zu groß, ich bin nicht so ein Visionär, das ist für mich alles nichts. Sondern Gott hat dich hierher gebracht, weil du ein Baustein in diesem großen Bauwerk sein sollst, der so wertvoll ist, der nicht ersetzbar ist, weil in dir etwas steckt, weil in dich etwas hineingelegt ist, was sonst keiner hat. Darum hat Gott dich auf die Erde gebracht. Wie David sagte, bevor einer von meinen Tagen war, hast du alles geplant. In dir steckt ein ganz besonderes Talent, eine ganz besondere Gabe. Es gibt einen besonderen Grund, warum du als geliebter Sohn, als geliebte Tochter Gottes hier bist, im Jesuszentrum Erzgebirge. Weil du ein lebendiger Baustein bist in diesem Bau Gottes. Und Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist ein Gott der Zukunft. Gott ist ein Gott der Vision. Gott sieht noch etwas vor dir. Und ich möchte, dass wir unsere Augen schließen für einen Moment. Und ich glaube, ich fange beim letzten Punkt an, einfach zu beten. Und vielleicht können wir auch zusammen beten. Und zwar, dass wir beten für Glauben. Glaube, dass Gott noch etwas vorhat. Es ist noch nicht zu Ende. Es gibt verschiedene Zeiten, verschiedene Höhen, verschiedene Tiefen. Es gibt Zeiten von Wachstum. Es gibt Zeiten von Krise. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, als geliebtes Kind Gottes, ich möchte euch sagen heute Morgen, als Gemeinde Jesuszentrum Erzgebirge. Gott ist noch lange nicht fertig. Gott ist noch lange nicht fertig. Und ich glaube selbst, dass Dinge, ihr habt so starke Dinge auch erlebt in der Vergangenheit. Und das sind so Dinge, die mir erzählt wurden, wo ich einfach davon staune und die Zeugnisse ermutigen mich. Aber weißt du, ich möchte dir heute sagen, die Dinge, die Gott geplant hat für die Zukunft, übertreffen noch die Dinge der Vergangenheit. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht nur zurückschauen und trauern über das, was einmal war. Sondern, dass wir uns umdrehen, dass wir nach vorne schauen. Und dass wir auf das sehen, was Gott machen möchte. Und nochmal, möchte ich dir ganz persönlich sagen. Du bist ein Teil davon. Der Visionsträger ist nicht die wichtigste Person. Sondern die Visionserfüller in der Vision sind genauso wichtig. Das ist so eine Co-Abhängigkeit. Und vielleicht kannst du einfach mit deinen Herzensaugen auf Gott schauen. Und ich möchte von dir vorne beten, aber vielleicht kannst du auch selber in deinem Herzen mit Gott reden. Und vielleicht kannst du einfach Gott sagen, Gott gib mir Glaube und gib mir Hoffnung. Dass wenn du sagst, ich weiß nicht ganz genau, was der Plan ist, ich kenne die Vision nicht ganz genau. Aber dass du heute Morgen betest für Glauben für die Zukunft. Dass du betest für Hoffnung für die Zukunft. Für dich selber. Für dein eigenes Leben. Für deine Familie. Für deine Gesundheit. Aber auch für das Reich Gottes in dieser Stadt. In diesem Bundesland. Und Jesus, wir erheben unsere Stimmen zu dir, Jesus, heute Morgen. Oder heute Mittag, Herr. Und Herr, wir danken dir, weil du ein Gott der Hoffnung bist, Herr. Du bist der Gott der Hoffnung, Herr. Du bist ein Gott, der voller Vision ist, die nicht so abstrakt ist, dass sie unerreichbar oder unberührbar ist für uns Menschen, Jesus, Herr. Du bist ein Gott, der Geschichte schreibt und der uns voll mit hinein nimmt, Herr. Egal, Vater, wie detailliert oder auch wie groß und übersichtlich die Gaben und Talente sein müssen, mögen Jesus, Herr. Oder du möchtest in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in Ehen, in Familien, in sozialen Umkreisen und Netzwerken, Vater, in die du uns gestellt hast, du möchtest so viel mehr tun in dieser Zeit, Herr. Oder das ist ein Licht, das du leuchten lassen möchtest durch deine Gemeinde dieser Zeit. Und Herr, wir machen uns eins heute Morgen und wir beten für Glauben, Herr. Lass uns Glauben neu empfangen. Ich bete, Gott, gieße Glauben aus heute Morgen. Dass du immer noch einen Plan hast, dass du immer noch gut bist, Herr. Und dass du allmächtig und fähig bist, Vater, jeden Detail deines Planes zu erfüllen, Jesus, Herr. Vater, wir wollen diejenigen sein, die in dieser Zeit nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die voller Lebensfreude und Vision nach vorne laufen. Weil wir sehen, Gott, ja, du trauerst über Dinge auf dieser Erde, aber du freust dich auch über deine Gemeinde. Und du freust dich über deine Kinder. Und du freust dich auch über all die Dinge, die du noch tun möchtest, allmächtiger Gott, Herr. Und Vater, ich bete, dass du uns auch aus jeder Passivität herausholst, allmächtiger Gott, Herr. Vater, da, wo wir denken, ja, du wirst es schon irgendwie tun, Herr. Nein, wir sind Mitarbeiter, Coworker, wir sind Mitarbeiter. Du arbeitest mit uns zusammen, Jesus, Herr. Und du möchtest, Vater, dass wir, wie Andreas in der Einleitung gesagt hat, Herr, dass wir beherzt, Vater, handeln, Herr. Und du suchst Menschen, die Visionen empfangen, die eine Last, eine Not sehen können, selbst wenn es nur in der eigenen Familie ist, und die anfangen zu beten, Herr, aber die nicht aufhören mit Gebet, Jesus, Herr, sondern die hingehen und beherzt anfangen anzupacken, Jesus, Herr. Beherzt anfangen zu handeln in dieser Zeit, Jesus, Herr. Danke, dass wir Hoffnungsträger sind, weil wir dem Gott der Hoffnung folgen und weil der Gott der Hoffnung unser Vater geworden ist. Ein mächtiger Gott, in dem Namen Jesus. Ich möchte, dass wir noch für einen weiteren Punkt zusammen beten. Und zwar, dieses Kommunizieren von Visionen ist manchmal gar nicht so einfach. Auch für mich, auch als Leiter von unserem kleinen Dienst, merke ich, wo das manchmal herausfordernd ist und wo ich manchmal merke, wo für mich selber auch Dinge noch klarer werden müssen. Wollen wir mal für uns beten als Gemeinde, vielleicht auch dort, wo du auch einen Dienst hast in verschiedenen Bereichen, auch im diakonischen Bereich oder wo auch immer. Lass uns doch mal zusammen beten, dass Gottes Vision für uns klarer wird. So klar, weißt du, dass auch alle Anfechtungen vom Feind zerbricht, die manchmal so eine Verwirrung reinbringen möchte, dass das so klar wird, dass wir das ganz einfach und ganz klar weiter kommunizieren können. Dass Menschen sagen, boah, zum Jesuszentrum Erzgebirge, da will ich dazugehören. Weil die machen die Welt zu einem besseren Ort. Die haben nicht die Hoffnung verloren, die folgen wirklich dem Gott der Hoffnung. Lass uns doch mal dafür beten. Du kannst dort, wo du bist, beten in deinem Herzen oder auch laut beten. Sie einfach beten, Herr, mach deinen Plan für uns klar, dass wir das klar kommunizieren können. Und jetzt auch für diesen Punkt beten wir zusammen, Jesus, Herr. Und Vater, du siehst auch manchmal da, wo der Feind uns auch so einfach manchmal so angreift oder wo unsere Gedanken in der Luft hängen, Vater. Und auch ich kenne das, Jesus, Herr. Aber wir beten, dass du Klarheit bringst. Heiliger Geist, da wo du bist, da ist Wein und da ist Klarheit, Herr. Und wir beten, dass du deine Pläne für unser Leben ganz, ganz klar werden lässt, Jesus, Herr. Vater, wir beten, dass wir einfach so klar sehen können, Herr, was genau möchtest du denn tun, Herr? Auch nicht nur das große Ziel am Horizont. Lass auch die Schritte, Vater, die Visionsschritte von heute und morgen, Vater, klar werden aus der großen Vision, Herr. Dass wir auch wissen können, Herr, Vater, wo wir heute hingehen und wo wir morgen hingehen, Vater. Und die wunderbaren Zeugnis auch mit der Jugendarbeit, mit den Anträgen, die wir gehört haben, Herr. Dass du uns weiter auch so klar leitest, Vater, in den verschiedenen Steps, Vater, die hinleiten, Herr, zu der Erfüllung der großen Vision, die du uns gegeben hast, ein richtiger Gott, Herr. Jesus, lass Dinge klar werden, Herr. Vater, wir beten, gib uns eine Freude und eine Begeisterung, Vater, für unsere Gemeinde, für die Arbeit, die hier geschieht, für alles, was du noch tun willst, für die Arbeit in Soccer City, Vater, für die verschiedenen Bereiche, die hier sind, für die Netzwerke. Gib uns eine Begeisterung, Vater, dass wir nicht anders können, als darüber zu erzählen. Auch in unserer Familie, Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, dass wir hingehen und dass wir erzählen, hey, das ist, was wir machen. Und Menschen erleben die Liebe von Jesus dadurch. Das ist, was auf unserem Herzen ist, Herr. Dass sogar Nicht-Christen, Vater, anfangen, dadurch berührt zu werden und zu sagen, Mann, das ist ja wirklich der Hammer, was ihr tut. Und ihr seid so voller Hoffnung und Freude. Gibt es eine Möglichkeit, zu helfen? Gibt es eine Möglichkeit, dazu zu gehören? Gott, dann mach die Vision klar und gib uns eine Begeisterung, Herr Jesus, eine Freude, Herr, dass wir nicht anders können, als darüber zu reden. Noch viel mehr, Jesus, Herr, als wenn unsere Lieblingsfußballmannschaft gewonnen hat, Jesus, Herr. Wollen wir voller Freude für deine Pläne mit uns reden. Mit uns reden. Halleluja, Jesus. Ich möchte noch für einen Punkt abschließend beten. Und dann werden wir noch ein Lied von Lobpreis singen, bevor dann der Gottesdienst zu Ende ist. Und ich möchte, dass wir einfach allen Minderwert Gott abgeben. Dass wir allen Minderwert einfach bei Gott ablegen. Der Feind liebt es so sehr, uns runterzudrücken durch Anklage und durch Minderwert und durch Kleinden. Und egal, wie groß der Plan Gottes ist, egal, wie sehr dich Gott so gesegnet hat und so überschüttet hat mit seiner Liebe und mit seinen Gaben. Wenn der Teufel dich angelogen hat und dir immer wieder einredet und dich wieder dafür gebraucht, bist du dir sicher? Wenn diese Anklage kommt, schau mal, was du gestern falsch gemacht hast und die Sünde von letztem Jahr und was damals vor zehn Jahren alles war. Wenn das immer wieder in uns hervorkommt, wird uns das so abhalten davor, mit Begeisterung und Freude in die Zukunft zu laufen. Und ich spüre noch so in meinem Herzen, dass Gott Minderwert wegnehmen möchte, aber auch Anklage aus der Vergangenheit. Und ich möchte für uns beten, dass wir auch abschließen mit Dingen in der Vergangenheit, die nicht so gelaufen sind, wie wir denken, das hätte so im Willen Gottes sein sollen. Dass die Vergangenheit nicht mehr unsere Gegenwart und unsere Zukunft behindert und blockiert, sondern dass wir frei sind zu laufen mit dem Plan Gottes. Mit Freude zu laufen. Amen. Und wir können dir zusammen dafür beten. Du kannst mit Gott in deinem Herzen reden, wenn du möchtest. Ich werde von dir beten. Halleluja. Wir heben deinen Namen, Jesus. Wir heben deinen wunderbaren Namen, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Jesus, danke, dass du gekommen bist, Herr. Wie du gesagt hast in Isaiah 61, Vers 1, allmächtiger Gott, Herr. Um Freude zu schenken, Jesus, Herr. Um die Trauerkleider auszuziehen, Herr. Und Freudenöl auszugießen, Jesus, Herr. Du hast gesagt, dass du gekommen bist und dass Gott dich gesalbt hat, Herr, frohe Botschaft zu verkündigen, die Türen des Kerkers zu öffnen, Jesus, Herr. Und du siehst da, wo Menschen, die auch hier sind, so wertvolle Kinder von dir eingesperrt sind. Ein Kerker, Vater, von Minderwert und von Hoffnungslosigkeit und von Anklage und von dem Gefühl, ich bin es nicht und ich kann es nicht, Herr. Aber Vater, solange wir mit dir sind, Herr, dass du kannst alles tun, auch durch uns, Herr. Weil in dein, in unserer Schwachheit wird deine Kraft vollkommen, Herr. Und je mehr wir unsere Schwachheit spüren, je mehr dürfen wir vertrauen. Du bist stark in uns. Je mehr wir das Gefühl haben, wir haben versagt, dürfen wir wissen, Herr, du machst uns stark, Jesus, Herr. Und du kannst sogar unser Versagen gebrauchen, Herr, für deine Pläne, allmächtiger Gott, Herr. Und Vater, ich bete, dass du einfach jetzt gerade hingehst, Gott. Dass du kommst, Heiliger Geist. Und dass du Kerkertüren von Ablehnung, Herr, und von Minderwert, Jesus, öffnest, Herr. Und dass deine Kinder freigelassen werden, gerade jetzt. Gerade jetzt, in dem Namen Jesus. Ich bete, dass du gerade jetzt, Vater, dort, wo diese Trauerkleider sind, Herr. Und wo einfach so diese Traurigkeit, Jesus, Herr. Vater, einfach den Geist und die Seele bedeckt, Jesus, Herr. Dass du es jetzt zerbrichst und abreißt, Jesus, Herr. Und dass du Freudenöl ausgiehst, Herr. Das Salzöl der Freude, auch Freude über die Zukunft, Herr. Herr, du freust dich über die Zukunft, Herr. Jesus, weil du Geschichte schreibst und deine Geschichte ist gut, Jesus, Herr. So gieß dein Freudenöl über uns aus. Und vielleicht kannst du die Hand auf dein Herz legen, wo ich einfach auch für diesen Vergangenheitspunkt beten möchte. Jesus, siehst du auch da, wo Dinge in der Vergangenheit sind, wo Menschen Dinge erlebt haben, Vater, Verletzungen, Ablehnung, Vertrauensbruch, ein mächtiger Gott, Missbrauch von Vertrauen, Herr. Und dass du eine Blockade heute nochmal von ganzem Herzen Ja zu etwas zu sagen, Jesus, Herr. Dass irgendwie so ein Schmerz und so eine Blockade sich nochmal ganz hinzugeben und auch zu vertrauen, dir zu vertrauen, aber auch Menschen zu vertrauen, mit denen man zusammenarbeitet, Jesus. Und darum bete ich gerade jetzt, Vater, dass jede Seelenverbindung zu der Vergangenheit, Herr, die die Lebensfreude von heute und morgen raubt, Vater, jetzt abgebrochen wird in den Namen, Jesus. Vater, alles, was wie so ein Gummiband, Vater, immer wieder so einen zurückzieht, Vater, wo man plötzlich wieder in den alten Emotionen und Gefühlen drin ist, Jesus, Herr. Ich nehme Autorität ein, Vater, und ich löse heute deine Kinder davon. Und ich bete, Herr, dass wir angeschlossen sind an die Quelle des Lebens, die aus dem Geist der Freude und der Hoffnung kommen von dir, Heiliger Geist. Ich bete, dass wir erfüllt sind von dem Geist der Prophetie, Jesus, Herr. Nicht nur Eindrücke für Menschen, sondern dem Geist der prophetischen Offenbarung über dein Werk und dein Handeln in der Zukunft, Herr. Und dass wir von der Vision der Zukunft, Jesus, Herr, geleitet sind. Von der Freude über die Vision und deine Pläne in der Zukunft, Herr, dass wir darin voller Kraft laufen, Jesus. Weil Vision ist Kraft und Freude ist Kraft und Stärke und Vitalität und Lebensbejahung, Herr. Und wir wollen das. Wir sagen Ja heute zu der Zukunft. Wir sagen Ja zu deinen Plänen, Herr. Wir sagen Ja dazu, Jesus. Wir sagen Ja dazu, Jesus. Wir sagen Ja dazu, Jesus. Können wir das einmal zusammen sagen? Wir sagen Ja, Jesus. Wir sagen Ja, Jesus. Wir sagen Ja, Jesus. Wir sagen Ja, Jesus, zu deinen Plänen. Wir sagen Ja, Jesus, zu deiner Vision. Amen.